Guten Morgen Leute, da war es Gedab und herzlich willkommen zu einem... Es stimmt gar nicht, es ist gar nicht, guten Morgen. Guten Abend Leute, was Gedab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist ein langer Trainingstag. Ich war in der Früh ungefähr eine Stunde schwimmen, da 107 km auf dem Rad. Und mit einigen Intervallkilometern auch. Und jetzt werde ich 18 km gesamt hier auf der Bahn drehen. Sechsmal, zwei Kilometer schnell, ein Kilometer locker. Das Zieltempo ist 320 bei den schnellen, 345 bei den langsamen. Und Gelverpflegung ist auch mit am Start heute. Schauen wir mal, wie das läuft. 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 Jetzt hat er es geschafft. Ich hätte unter 27. Sehr gut, super Chemie. Sau geil. Komm an Felix, auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. So Leute, das war es gewesen. 18 Kilometer, 6 x 2 Kilometer flott. Ziemlich genau 3,20 Pace im Schnitt. Ein paar waren schneller, ein paar langsamer. Und die lockeren waren 3,40, 3,37, sowas rum. Jetzt fühle ich ganz schön durch. Ein bisschen voll fühle ich mich. Das mit den Gels muss ich einfach noch ein bisschen öfter ausprobieren. Aber es war heute ein sehr, sehr guter Start. Ich bin top zufrieden. Eine knappe Stunde geschwommen, 3 Stunden Rad gefahren. Und jetzt eine Stunde 2 für 18 Kilometer. Ich bin raus. Geil. Er war gar nicht vom Kopf her. scenen, man weiß ihn schon, wenn du müde bist. Hinten war es zäh, aber war gut. Wie war's bei euch? Gut, ich bin ein bisschen schnell raus. Aber ansonsten gut. Danke Annika. Das Feuer ist so cool an. Ich freue mich halt auch immer, wenn ich angefeuert werde. Und du weißt, dass das echt was hilft. Ich hatte keine Wörter mehr übrig. Keine Spucke zum Reden. Alles gut. Wie war's bei dir, Felix? Sehr gut. Was für euch? Sehr gut. Die Emotionen entspannen immer. Ich glaube, er ist ein bisschen durch, wenn die Eloquenz und die Wörter fehlen. Wie war's bei dir? Gut. Ich bin besser, glaube ich. What? Im Training? Im Training? Nicht schlecht. Müssen wir uns nur noch im Wettkampf machen? Dann zählt's nämlich. Ja, ich hab ein bisschen mehr. Ja, jetzt f 하게 euch ein. Ja, das ist das Christmakes macht. Mittal ist wieder mit allem gut. Easy讲 her. Wir können das nicht ver pine, Brennan nach immer. Vielen Dank.